Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie alle heute recht herzlich begrüßen zu unserer Online-Veranstaltung des Ausschusses Finanzmärkte beim Wirtschaftsbeirat Bayern. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute hier zuhören und uns begleiten. Wir haben ein wichtiges Thema, das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft oder wie man in Brüssel eigentlich sagt, Sustainable Finance. Das ist der große Überbegriff, unter dem die Themen, die wir heute besprechen wollen, dort diskutiert werden. Ganz besonders herzlich möchte ich unsere beiden Mitwirkenden begrüßen, Herrn Prof. Dr. Franz-Christoph Zeidler und Herrn Alexander Radwan, Mitglied des Bundestages. Unser Programm sieht vor, dass unsere Mitwirkenden zunächst jeweils ein Statement abgeben und dann wir zu diesen Themen diskutieren werden. Ich werde dabei gerne auch die Fragen einbinden, die uns im Vorfeld dieser Sendung schon erreicht haben. Zunächst darf ich die Mitwirkenden kurz vorstellen. Das ist bei Herrn Prof. Zeidler eigentlich fast nicht nötig, denn Sie kennen ihn bestens als langjährigen Vorsitzenden des Ausschusses Finanzmärkte beim Wirtschaftsbeirat Bayern und als Vizepräsidenten der Deutschen Bundesbank AD. Herr Prof. Zeidler war zuvor im Bayerischen Finanzministerium tätig und auch als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Herr Alexander Radwan ist Diplomingenieur und Rechtsanwalt. Er kam über die Junge Union in die Politik und war von 1999 an für fast zehn Jahre im Europäischen Parlament und war dort zuständig für die Koordination der EVP-ED-Fraktionen im Ausschuss für Finanzmärkte und im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Von 2008 an war er dann fünf Jahre im Bayerischen Landtag als direkt gewähltes Mitglied und seit 2013 hat es ihn nach Berlin verschlagen. Er ist jetzt dort Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Finanzausschuss und im Auswärtigen Ausschuss. Meine Damen und Herren, die Europäische Kommission hat mit dem Green Deal Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Ihr Ziel ist es, Europa bis 2050 CO2-neutral zu machen und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dabei soll Europa als erster Kontinent sozusagen diese Klimaneutralität erreichen. Dabei wird der mittelständischen Wirtschaft eine ganz erhebliche Rolle zukommen und mittelständische Wirtschaft, das sind 99 Prozent in Deutschland unserer umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. Nach der Definition der Europäischen Kommission sind das alle Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern und einem Umsatz von bis zu 50 Millionen Euro. In Deutschland ist die überwiegende Anzahl dieser Unternehmen familiengeführt. Diese Unternehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind es im Wesentlichen, die die Transformation der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit und mehr CO2-Neutralität gestalten sollen. Die Finanzindustrie, das heißt die Banken und die Versicherungen sollen diesen Prozess begleiten und vorantreiben. Über die Grundsätze, das Anliegen von mehr Nachhaltigkeit, gibt es im Allgemeinen wenig Diskussion. Und es besteht große Zustimmung. Allerdings kommt es auf die Details der Umsetzung an, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Staatenübergreifend in Europa und in Deutschland. Hierzu werden Sie uns nun, lieber Herr Professor Zeidler, einige Details und einige Einblicke geben, über die wir dann später noch sprechen werden. Vielen Dank, liebe Frau Wolf, für die einführenden Worte. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott an die Freunde des Wirtschaftsbeirats, die digital zugeschaltet sind und vor allem ein Wort des Grußes an Alexander Radwan in Berlin. Wir haben heute das Thema Nachhaltigkeit, ein zentrales Thema für die Wirtschaft und Finanzpolitik, auch ein zentrales Thema für den Finanzsektor. Es ist vielleicht gut, sich eingangs zu erinnern, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit ja oft etwas inflationär gebraucht wird. Und richtig daran ist, dass man sich eigentlich heißt Nachhaltigkeit, man denkt verantwortungsvoll an die Auswirkungen, an die Folgen seines Handelns, man denkt an die Zukunft, an die nächste Generation. Und deshalb ist Finanz ist Nachhaltigkeit ja ein Konzept, das übergreifend ist, das auch die Finanzpolitik etwa betrifft. Wir sollten unseren nächsten Generationen keine übergroße Schuldenlast hinterlassen, Stichwort Stabilitätspakt. Nachhaltigkeit ist auch eine Politik der Gesundheitsvorsorge. Wenn wir laufen mit Pandemien rechnen müssen, kommt eine nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft nicht in Gang. Und Nachhaltigkeit ist auch ein Thema der Sicherheitspolitik. Wenn wir auf die zunehmende Verletzlichkeit der Wirtschaft und der Gesellschaft durch die Digitalisierung schauen, Stichwort zweimal ist erfolgreich das Internet des Bundestags von auswärtigen Diensten gehackt worden, dann sehen wir, welche Herausforderungen Nachhaltigkeit für uns übergreifend bedeutet. Heute geht es um Nachhaltigkeit in der Ökologie, vor allem im Klimaschutz. Und auch hier ist es wichtig, sich vielleicht eingangs zu erinnern, dass aus der Notwendigkeit des Zieles Nachhaltigkeit noch nicht die Tauglichkeit aller Mittel und Instrumente folgt, die mit Nachhaltigkeit irgendwie in Verbindung gebracht werden. Unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass die Instrumente, die für die Nachhaltigkeit empfohlen werden, vor allem im Finanzsektor, sich in das Ordnungskonzept der sozialen Marktwirtschaft einbauen, dass wir die Kraft der sozialen Marktwirtschaft nützen, durch Rahmenbedingungen und Anreize und nicht der Versuchung erliegen durch bürokratische, dirigistische Eingriffe in einzelne Sektoren, in einzelne Unternehmen oder gar durch Eingriffe und Vorgaben für einzelne Produkte und Produktionsverfahren die Wirtschaft lenken zu wollen. Denn eine solche gelenkte Wirtschaft ist nach aller Erfahrung in der Geschichte eine Wirtschaft ohne Wohlstand, meist auch ohne Freiheit. Es ist gut, wenn wir diese Diskussion um die Nachhaltigkeit faktenbasiert führen. Das klingt eigentlich als Selbstverständlichkeit. Aber hinter der Faktenorientierung verbergen sich ganz nüchterne und oft auch etwas sperrige Daten. Zum Beispiel, wie der Sachverständigenrat und internationale Institutionen herausgearbeitet haben, direkt Deutschland, Stand 2017, nur noch mit 2% zu den internationalen CO2-Emissionen bei. 1990 waren es noch 7%. USA und China stehen für 42%. Nimmt man Indien und Russland zu diesen 4% dazu, sind wir bei 53%. Was folgt daraus für uns? Sicherlich nicht sich zurücklehnen, die Hände in den Schoß legen und zu sagen, ja, für uns ist das ja eigentlich kein Problem, das sollen die anderen machen. Aber für uns geht es darum, Konzepte darzustellen, die nicht nur national sind, sondern die europaweit und letztlich länderübergreifend weltweit sind. Die CO2-Problematik ist ein globales Problem. Das Klima geht entweder global unter oder es wird global gerettet. Daraus folgt aus, dass einseitige Vorreiterrollen einzelner Länder, sei es von Deutschland, von Bayern oder von anderen Regionen, meistens problematisch, oft sogar kontraproduktiv sind. Nehmen wir an, wir verschärfen die Grenzwerte für einen bestimmten Unternehmenssektor massiv, um CO2-Ausstoß zu vermindern. Dann kann es dazu kommen, dass dieser Sektor und die Unternehmen in andere Regionen verlagert werden. In Regionen, die niedrigere Standards haben und deshalb ist die CO2-Emission am Schluss höher und dem Klima ist nichts gedient. Die moralisch gut gemeinte Vorreiterrolle ist ins Negative ausgeschlagen. Wir haben hier unsere Erfahrungen gemacht durch den seinerzeitigen, einseitigen Ausstieg aus der Kernenergie. Nationen wie Frankreich oder neuerdings Finnland tun sich sehr viel leichter und können viel ehrgeiziger Klimaschutzziele entwickeln, als wir in Deutschland hierzu in der Lage sind. Neben dem länderübergreifenden Ansatz ist es wichtig, dass ein marktwirtschaftlicher Ansatz in der Klimapolitik sektorübergreifend und technologieoffen sein muss. Sektorübergreifend, das soll zu keinen Verzerrungen zwischen Unternehmen unterschiedlicher Sektoren kommen, wenn sie den gleichen CO2-Fußabdruck haben und technologieoffen, es hilft uns überhaupt nichts, durch staatliche Lenkung auf einzelne Technologien zu setzen und dann zehn Jahre später festzustellen, es war vielleicht doch nicht so optimal. Denken wir daran, wenn man von durch staatliche Lenkung vor zehn Jahren etwa, also um die Solaranlagen gegangen ist, hat jeder gesagt, tolle Sache, die begünstigen wir. Mittlerweile kennen wir die Geschichte der Solaranlagenproduktion in Deutschland, also ein technologieoffener Ansatz ist vorzuziehen. Durch welches Konzept lassen sich nun diese Kriterien erfüllen? Der Vorschlag, den der Sachverständigenrat, auch viele Klimaschützer, der Vorschlag, den der Wirtschaftsbeirat hier macht, ist ein globales, ein internationales Emissionshandelssystem zu entwickeln, für den ein Emissionshandelssystem der Europäischen Union der Nukleus und der Kern ist. Wir haben so ein Emissionshandelssystem ja schon für einzelne Bereiche, im Energiebereich in Europa, das funktioniert dort auch sehr gut, wird allerdings wieder durch andere Maßnahmen oft überlagert und zu seiner Effizienz verzerrt. Nur ganz kurz, wir kommen in der Diskussion wahrscheinlich noch drauf, Emissionshandelssystem heißt, dass das Ziel des Klimaschutzes, die Minderung von CO2, letztlich die Klimaneutralität bis 2050, effizient erreicht wird, weil die Menge des auszustoßenden CO2 festgelegt und über die Zeitachse hinweg reduziert wird. Das Ziel ist also klar, die Unternehmen, die sie wirtschaftlich betätigen müssen, wenn sie CO2-relevante Tätigkeiten haben, Zertifikate erwerben, die steigen im Preis über die Zeitachse hinweg, weil die Zeit der Zertifikate verringert wird und auf diese Weise wird das Ziel effizient erreicht. Was aber noch wichtiger ist, das Ziel ist fest, der Weg ist aber offen. Er ist offen für den marktwirtschaftlichen Such- und Innovationsprozess. Es ist offen, ob ein Weg, ob ein Unternehmen auf den Erwerb teurer CO2-Zertifikate verzichtet, weil es CO2 einspart, weil es neue CO2-arme Technologien entdeckt oder verwendet, weil es CO2 speichert, in der Technologie, die leider in Deutschland gesetzlich beschränkt ist, aber ähnlich ist wie die verwandten und vertrauten Erdgausspeicher, oder ob ein Unternehmen Kompensationsmaßnahmen zur CO2-Minderung vornimmt, etwa in der Heimat oder in einem dritten Land, denn für das globale Klima kommt es nicht darauf an, ob die CO2-Minderung in Deutschland oder in Osteuropa oder in Asien erfolgt. Wenn aber die gleiche CO2-Minderung, sagen wir, um eine Tonne, in Deutschland um den Preis von 1000 nur möglich ist, in Osteuropa um den Preis von 100 und in Asien um den Preis von 50, dann zeigt sich, welche Wohlstandsgewinne oder Verluste hinter dem richtigen Konzept stehen. Speziell für die Finanzwirtschaft folgt daraus, dass die Risikokontrollsysteme und die Risikomesssysteme, die jede Bank, die jede Versicherung haben muss, die Preissignale des Emissionshandelssystems integrieren müssen. Das klingt abstrakt, konkret heißt das zum Beispiel, wenn eine Bank ein Investitionsvorhaben finanziert, muss es bei der Rentabilitätsberechnung einkalkulieren, dass diese Investition, wenn sie viel CO2 emittiert, über die Laufzeit hinweg teurer wird, die Rentabilität geringer wird. Und das muss in die Risikomesssysteme und damit in die Eigenkapitalunterlegung Eingang finden. Und das ist ein sehr marktwirtschaftlicher Ansatz in der Finanzwirtschaft, die globalen Vorgaben der CO2-Minderung zu integrieren. Nachteilig wäre es allerdings, wenn der Gesetzgeber durch einzelne Vorgaben bestimmte Eigenkapitalzuschüsse, Eigenkapitalerleichterungen oder Eigenkapitalbelastungen ergibt. In Brüssel heißt das, Sie haben schon die englischen Begriffe erwähnt, a green supporting factor oder brown penalizing factor, also ein grüner Entlastungsfaktor und ein brauner Belastungsfaktor, mit dem bestimmte Technologien, bestimmte Produkte besonders ausgezeichnet werden. Damit wird ja die Risikomessung der Institute verzerrt. Und die Risikomessung hat ja vor allem das Ziel der Finanzstabilität. Wir wollen ja nicht in eine Bank- oder Versicherungskrise hineinschlittern. Deshalb rechtzeitig das Erkennen der Risiken, aber nicht staatliche Verzerrung der Risiken. Nun gibt es noch ein Thema, das wir sicherlich auch in der Diskussion vertiefen werden. Im Augenblick ist es ja so, dass die Finanzmärkte, sehr viele Anleger, institutionelle Anleger und private Anleger darauf bedacht sind, ihre Mittel nachhaltig anzulegen. Und deshalb auf Anleihen, auf Fonds achten, die sich als nachhaltig darstellen. Nun gibt es wie immer im Leben die Versuchung, der eine hält sich an alle Grundsätze der Nachhaltigkeit, hat höhere Kosten, bietet das Produkt an. Der andere hält sich weniger daran, aber er nennt das Produkt trotzdem Nachhaltigkeit. Aber das braune Inhalt entspricht nicht der grünen Verpackung des Pakets. Um das zu verhindern, gibt es nun verschiedene Wege. Aus meiner Sicht ist der marktwirtschaftlich naheliegendste Weg, den wir auch bei anderen ähnlichen Fragen in der Vergangenheit beschritten haben, der Weg der Produkthaftpflicht. Ihr, der Emittent eines Wehrpapiers, muss ja ein Prospekt emittieren, den Aspekt beilegen, muss der Vertriebsunterlagen herbeifügen. Und wenn diese, und wenn die Angaben, die er macht, sich nicht als zutreffend herausstellen, dann muss er nach dieser Prospekthaftung auch Schadensersatzforderungen fürchten oder wird von den Aufsichtsbehörden zur Rechenschaft gezogen. Dieser Gedankengang trifft auch auf die Nachhaltigkeitsfragen zu. Und die Europäische Kommission und der Ministerrat haben im letzten Dezember sogar eine umfangreiche Verordnung veröffentlicht, in dem unter Nachhaltigkeitsfragen die Berichterstattungspflicht der Unternehmen, die an den Markt gehen, präzisiert wird. Und auch die Aufsichtsbehörden, EBA für die Banken, EBA für die Versicherungen, ESMA für die Märkte, beauftragt werden, diese Berichtspflicht auch zu kontrollieren und umzusetzen. Sodass ich im Augenblick eigentlich keinen Bedarf für zusätzliche über diese Transparenzverordnung hinausgehende Regelungen sehe. Nun gibt es aber ein großes Thema, das mit dem Begriff Taxonomieverordnung genannt wird. Taxonomie, ein wohlklingendes Fremdwort. Eigentlich heißt es nur ein Klassifikationsschema. Und es soll demnach jede wirtschaftliche Aktivität, so steht es wörtlich in der Verordnung drin, jede wirtschaftliche Aktivität darf ihre Klimarelevanz sehen, untersucht werden. Und von der Brüsseler Bürokratie, nicht etwa vom Gesetzgeber, sondern durch Delegierten Rechtsakt der Brüsseler Kommission eingeordnet werden, ob es klimapolitisch positiv oder negativ ist. Das ist ein sehr ehrgeiziges, um nicht zu sagen, vielleicht aussichtsloses Unterfangen, die gesamte Wirtschaft mit einem Punktesystem klimapolitisch zu bewerten. Die Verordnung hat 60 Seiten. Ich habe hier nur einmal die Gliederung mitgebracht. Der methodologische Annex hat im Augenblick 600 Seiten. Und das ist erst der erste Aufschlag, mit dem diese Klimabeurteilung vorgenommen werden soll. Das Parlament hat leider keinen Einfluss auf die Einzelentscheidungen nach der jetzt vorliegenden Verordnung. Sehr wohl Einfluss haben aber NGOs, haben Umweltverbände, die nach dieser Verordnung auch als der Art Melde- und Beschwerdestelle für Verstöße der Unternehmen gegen die Taxonomie fungieren und die eine Art Initiativrecht haben sollen, also eine Weiterentwicklung der Taxonomie-Verordnung vorschlagen können. Ich glaube, wenn man das ernst nimmt, dann ist eigentlich der Rubikon zwischen sozialer Marktwirtschaft und zwischen Lenkungswirtschaft überschritten. Nun kann man sagen, das sollen meine letzten Bemerkungen sein, ist es denn so schlimm? Denn die Taxonomie-Verordnung ist ja eigentlich nur freiwillig. Wenn man näher nachsieht, stimmt das zwar formal, aber ein Unternehmen, das etwa eine Anlage auf dem Markt begibt, muss, wenn es sich der Taxonomie nicht unterwirft, einen Disclaimer aufnehmen, einen Warnhinweis im Lebensmittelladen, würde man sagen, einen roten Punkt anbringen. Obacht, dieses Produkt ist nicht nachhaltig. Die Auswirkungen auf den Markt sind klar und die Frage der Freiwilligkeit ist damit auch beantwortet. Und ist gesagt worden, es geht ja hier nur um die Finanzindustrie in Anführungszeichen nur. Es ist immerhin doch der entscheidendste Finanzierungshebel, der wir in unserer Wirtschaft haben. Aber hier geht die Verordnung schon weiter und um fast alle großen Unternehmen, die der CSR-Richtlinie, also der Corporate and Social Responsibility Verordnung unterliegen und zwingt sie dazu anzugeben, welche Teile ihres Umsatzes, welche Anteile ihrer Investitionen der Taxonomie unterliegen sollen und wie sie taxonomisch zu beurteilen sind. Und schließlich wird gesagt, es geht ja nur um Berichtspflichten. Aber Berichtspflichten haben, wir wissen ja, sehr hohe Kosten für Unternehmen zur Folge. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, so naiv bin ich politisch nicht, dass man ein Unternehmen, bei dem die gesamte Wirtschaft klassifiziert wird, am Schluss es bei einer Berichtspflicht bewenden lässt. Sondern es wird heißen, dieses große Unternehmen, das rentiert sich ja nur, wenn man daraus auch sanktionierte Verhaltenspflichten folgert. Deshalb kommen wir in unserem Positionslaub hier zu dem Schluss, dass die Taxonomie-Verordnung während einer Regulierungspause wegen Corona von zwei Jahren wesentlich überarbeitet werden sollte, dass sie in Einklang gebracht werden sollte mit den Vorgaben des Emissionshandelssystems und das als Minimum klar festgelegt werden sollte, dass Einzelentscheidungen über Kredite, dass Einzelentscheidungen über Versicherungsleistungen nicht nach der Taxonomie zu beurteilen sind. Denn das würde bedeuten, dass man Einzelentscheidungen über einen Investitionskredit einschließlich der gesamten Vorprodukte, der gesamten Lieferkette nach der Taxonomie zu treffen hat. Allein vom Zeitlichen her würde die Entscheidung so verzögert, dass sich private Investitionsentscheidungen immer mehr den öffentlichen Investitionen über so einen Flughafen in Berlin her können, annähern würden. Insgesamt also kommen wir zum Ergebnis, die Nachhaltigkeit ist effizient umzusetzen, sie muss marktwirtschaftlich umgesetzt werden und die sogenannte Taxonomie-Verordnung darf jetzt nicht im Windschatten der Corona-Krise durchgewunken werden, sondern muss grundlegend überarbeitet und an das marktwirtschaftliche Emissionshandelssystem angepasst werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Zeitler, für diese klaren Worte. Es ist immer schön, wenn man auch mal die Dinge beim Namen nennt und wirklich so klar rüberbringt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Herr Ratwan, wir möchten gerne von Ihnen wissen, wie ist denn derzeit die Diskussionslage in Brüssel und in Berlin zu diesem Thema? Die Diskussionslage hätte man ja vermuten können, dass aufgrund der Pandemie, der Corona-Auswirkungen, das eigentlich an Priorität verliert. Aber wir nehmen wahr, insbesondere in Brüssel, dass das eine entsprechende Priorität hat. Es gibt ja auch inzwischen schon entsprechende Vorstöße, die ich jetzt nicht bewerten möchte, die sagen, die Pandemie hat auch ihre Ursache im Klimawandel und deswegen muss man da verstärkt reingehen. Das hat ja auch die Kommission entsprechend kommuniziert. Ich möchte eigentlich nur einen Punkt zu Professor Zeitler ergänzen. Und das sage ich als jemand, der ja im gesetzgeberischen Bereich tätig ist. Professor Zeitler hat das Thema der Atomenergie angesprochen. Der Ausstieg der Atomenergie, das brauchen wir gar nicht jetzt diskutieren, richtig oder falsch, aber er war letztendlich ein demokratisch-parlamentarischer Prozess mit der Regierung. Wenn wir uns jetzt das anschauen, was gerade passiert, ist, dass dieses Nachhaltigkeitsthema letztendlich abgearbeitet wird in der Regulierung der Finanzmärkte und dort dann auch in weiten Teilen parlamentarischer Beflugnisse entzogen wird. Und über das Thema der Nachhaltigkeit hinaus betone ich immer wieder, dass es hier um die ESG-Ziele gibt. Das sind 17 Stück. Also wir machen gerade die Struktur für Kapitalmarktregulierung für die zukünftigen 17 ESG-Ziele. Environmental Social Governance. In Klammer mit einem gewissen Schmunzeln. Professor Zeitler hat es ja angedeutet, in diesen Level 2 und Level 3 Ebenen treffen sich also Kapitalmarktregulierer plus NGOs. Die Realwirtschaft findet sich bisher zum Beispiel dort nicht wieder. Die dort entsprechend dann definieren, was ist sozial, was ist umweltverträglich, nachhaltig und was ist Governance. Ich denke, alle Vorstände von DAX-Unternehmen, die große Freude der Unterstützung zurzeit haben, dass dieses Nachhaltigkeitsthema kommt, werden sicherlich auch damit zunehmende Begeisterung diese ganzen Vorgaben, die dann im Governance-Bereich kommen, umsetzen. Wenn ich gerade nur auf Wirecard schaue und wer hier mit wem in welcher Form zusammengearbeitet hat, es wird spannend werden, inwieweit dann Unternehmen, die gerade überhaupt Probleme haben, das geltende Recht eingehalten, bis zum Strafrecht dann dieses entsprechend umsetzen kann. Ich denke, auch diejenigen, die jetzt hier ein Stück weit Märkte sehen und Rendite sehen, wäre mein Appell, sollte man das Ende bedenken, wo letztendlich Regulierung landet. Das Problem, das wir hier haben, ist, dass weite Teile der Gesellschaftspolitik sich dann in einer Diskussion in diesen Gremien wiederfindet und damit auch, ich befürchte es, die Aufgabe der Kapitalmarktregulierung konterkarieren könnte. Letztendlich muss Kapitalmarktregulierung sich daran orientieren, ist ein Investment risikoarm oder risikoreich. Und wenn ich dann die CO2-Bripreisung wie angesprochen hineinnehme, dann habe ich dort ein Instrument zu sagen, risikoarm, risikoreich in der Perspektive. Wenn ich aber dann die Teildiskussionen auf europäischer Ebene mitbekomme, ob jetzt die Kernenergie, ob jetzt die Frage Kernenergiekohle, ob ich da sehe, dass im Bereich der Emissionen von Pkw über gesetzliche Standards hinausgeht, also praktisch sich ein neues Gremium findet, was hier letztendlich sich wiederfinden muss, wird die Komplexität und die Bürokratie für die Finanzwirtschaft und dann erst recht für die Unternehmen, die am Kapitalmarkt oder bei den Banken entsprechende Finanzierung benötigen, übersteigen. Und es wird auch das, was Marktwirtschaft ausmacht, ein ergebnisoffenes, also das Ziel ist klar, aber der ergebnisoffene ist der Weg dorthin, offen lassen. Ich habe jetzt vor einigen Monaten zum Beispiel mit einem mittelständischen Entsorger gesprochen, der aufgrund seiner Technologie und seinen Unternehmertunen mehrmals für seine ökologischen Herausforderungen und Entwicklungen ausgezeichnet wurde. Der kam zu mir und hat gesagt, passend zu seinem Unternehmen möchte er eine grüne Anleihe begeben. Nochmal hoch innovativ in dem Bereich der Entsorgung, des Recyclings. Und dann wurde ihm von der Banken, er war bei sechs Finanzdienstleistern, Banken, wurde ihm dann eröffnet von zweien, das würde ich nicht machen, weil letztendlich kann er unter dem, was unter Taxonomie gerade läuft, letztendlich nicht als grün laufen, weil von den sieben Punkten, die dort erfüllt werden müssen, kann er nur sechs erreichen. Und damit tue ich ein Stück weit die Innovation bereits killen und regulieren NGOs können gar nicht. Das, was technologisch möglich ist und sich weiterentwickelt, bereits heute in einem Gesetzestext wiederfinden oder definieren. Das heißt, es ist sogar innovationshemmend, nach meiner festen Überzeugung, was da gerade entsteht. Und darum ist mein dringender Appell, das Ziel ist richtig, ob jetzt das der Nachhaltigkeit, die ESG-Ziele umfassen dann auch Soziales, die deutsche Präsidentschaft, Staatssekretär Kuckis hat ja schon angekündigt, man möchte sich auf dem sozialen Thema jetzt in der deutschen Präsidentschaft widmen. Kinderarbeit, Armut in der Welt, das sind alles Ziele, die richtig sind, die sich zum Teil dann auch widersprechen werden in der jeweiligen Regulierung. Aber da sollte man als Gesetzgeber dafür sorgen, dass man einen gesetzlichen Rahmen macht, der für Transparenz sorgt, der für Haftung sorgt. Und dann sollten die Märkte und sollten die Finanzdienstleister ein Stück weit auch selber das in der Hand haben und im Kreuz haben, dieses entsprechend zu formieren und zu definieren. Ich sage deswegen im Kreuz haben, weil seit 1999 darf ich im Bereich der Kapitalmachtregulierung tätig sein, jetzt auf europäischer, jetzt auf nationaler Ebene. Und da ist regelmäßig, Frau Wolfe sind ja auch hier immer im Kontakt, über die Regulierung auf nationaler, europäischer Ebene im Austausch. Das, was gerade entsteht, stellt das, was kommen wird, in den Schatten. Ich sage immer, mein Satz ist, in zehn Jahren, wenn das so kommt, wie es gerade angelegt wird, wird die deutsche Finanzwirtschaft und damit auch die Banken, Mifid, als die letzte Deregulierungsmaßnahme der Kommission feiern. Und darum bin ich umso erstaunter, dass einige Marktteilnehmer diese sogar aktiv momentan einfordern. Herr Radwan, herzlichen Dank. Das Thema Nachhaltigkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, da gibt es keinen Zweifel. Das ist ein wichtiges Thema. Es ist auch ein gesellschaftliches Thema, ein gesellschaftspolitisches Thema. Und dem werden wir uns nicht in den Weg stellen. Das ist auch völlig klar. Momentan ist die Aktion Fridays for Future, die Demonstration der jungen Leute, die ja auch wieder viele Menschen auf die Straße gebracht hat, ist jetzt etwas abgeebbt. Corona-bedingt haben sie da gelitten. Aber nichtsdestotrotz sehen wir ja auch an den Märkten, bei den Anlagen, Herr Professor Zeitler, Sie sprachen es ja schon an, nachhaltige Anlagen werden stark nachgefragt, von institutionellen Investoren, aber genauso auch von Privatkunden. Also das ist eigentlich fast ein bisschen ein Selbstläufer momentan, würde man sagen, weil es einfach ein gesellschaftlicher Trend ist, den man hier verfolgt. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, braucht es eigentlich überhaupt eine Regulierung? Und da haben Sie, Herr Professor Zeitler, ja schon gesagt, ja, einen gewissen Rahmen, und auch Herr Radwan hat es betont, einen gewissen Rahmen brauchen wir vielleicht schon, gerade um solchen Themen wie Greenwashing. Also wir kleben einfach nur ein grünes Etikett darauf und sind aber eigentlich gar nicht nachhaltig, das zu vermeiden. Aber es gäbe ja vielleicht auch Alternativen. Sie haben schon eine angesprochen, aber eine Möglichkeit wären ja auch vielleicht solche Rating-Systeme, die eben ESG-Konformität bescheinigen oder in Gradstufen, wie wir sonst von Ratings bescheinigen. Könnte man sich sowas vorstellen? Ich glaube schon, das sind auf jeden Fall Mechanismen, mit denen wir Erfahrung haben. Sicherlich ist auch, wir haben ja auch hier Beispiel aus der Vergangenheit, ein Rating-Urteil, nicht immer eine Offenbarung, die für alle 100 Jahre hält. Auch ein Rating-Analyst kann sich täuschen. Aber auch die Märkte können sich täuschen und Bürokratien können sich täuschen. Stichwort Mayerkat etwa. Deshalb glaube ich, dass insgesamt die Rating-Industrie einzubeziehen in die Nachhaltigkeitskontrolle ein sehr marktwirtschaftlicher Weg wäre und auch ein Weg, bei dem ein gewisser Wettbewerb der Kontrollkonzepte zwischen den Rating-Agenturen entwickeln wird. Genau. Und zudem haben wir ja auch noch, wenn ich das ergänzen darf, unsere CSR, also Corporate Social Responsibility Berichterstattung, die ja auch von Wirtschaftsprüfern überprüft wird. Also da gibt es ja mehrere Kontrollebenen eigentlich sogar jetzt schon. Das würde eigentlich ausreichen und wir bräuchten keine Taxonomie, die jetzt schon im Erstentwurf über den ersten Teil 400 Seiten umfasst. Also mit dem Anhang 600 Seiten. 600 Seiten, ja. Genau. Aber ich möchte jetzt noch mal nachfragen, Herr Rathwan, die NGOs, Sie haben es gerade angesprochen, sind sehr stark involviert, auch wenn sie vielleicht für unsere Zuhörer noch mal so freundlich sein könnten und vielleicht das Thema ESG noch mal genau ein bisschen definieren könnten. Und dann würde mich natürlich schon interessieren, wie arbeiten jetzt die NGOs hier zusammen mit den, ja, ich sag mal, mit der Kommission und ja, welche Rolle spielt in dem ganzen Thema die Realwirtschaft, diejenigen, die es eigentlich umsetzen müssen? Also die ESG-Ziele, wie gesagt, das sind 17 Stück der Vereinten Nationen, die jedes für sich ein Ziel haben, das nachvollziehbar ist und richtig ist. Nochmal, ein Ziel ist Kinderarmut in der Welt bekämpft, also Kinderausbeutung, Bildung in der Welt, Soziales, da gibt es dann zum Beispiel möglicherweise mit dem Frage Mindestlohn und Sozialversicherung. Das sind alles Bereiche, in denen man politische Felder hat, die entsprechend notwendig sind und die angegangen werden müssen auf einer europäischen, internationalen Ebene. Ich bin der festen Überzeugung, diese Themen gehören in ihre grundsätzlichen Diskussionen, Entscheidungen dorthin, wo gesellschaftspolitische Entscheidungen zu treffen sind in die Parlamente. Und wenn der Deutsche Bundestag in seiner Vielfalt mit den Fraktionen und das Europäische Parlament und damit noch mehr Parteien und Fraktionen dann zu einem Schluss kommt, dann ist durch ein politisch, demokratisch legitimiertes Organ eine Entscheidung getroffen worden. Auch wenn sie einem nicht immer gefällt, aber es ist getroffen worden mit einer gewissen Priorität, die nachvollziehbar ist. Diese ganzen Themenvielfalt, die wir gerade hier sehen, werden zukünftig nachrangig, nicht vom Thema her, aber von der Ebene her, in den sogenannten Level 2 und Level 3 Ebenen diskutiert. Und dort treffen sich wieder Finanzmarktregulierer, also BaFin, Bundesbank, Europäische Zentralbank, die Isas, was ja bisher schon, ja, also Franz Christoph möge es mir nachsehen als früherer Vizepräsident der Bundesbank, aber wenn ich Regulierer unter sich erstmal lasse und dann warte, was rauskommt, ist das meistens kein Bürokratieabbau, das vorsichtig zu formulieren. Ist ja auch die Aufgabe von Ihnen. So, und jetzt kommt eine zweite Gruppe hinzu, NGOs, die eben dann bestimmte Prioritäten haben, die ihre Legitimation aus den Themen sehen, ob jetzt Soziales, ob jetzt Umwelt, da nehme ich Greenpeace, nehme ich WWF, das ist alles gerechtigt und nachvollziehbar und die versuchen jetzt, wie in einem Konklave, sich entsprechend darauf zu einigen, was ist nachhaltend und wie bringe ich das in die Kapitalmarktregulierung hinein. Das heißt, die Kapitalmarktregulierung wird eine extreme Politisierung stattfinden. Und ich frage mich schon am Schluss, ob dann im Fokus steht die Stabilität der Finanzmärkte oder das Erreichen des Ziele. Und darum ist mein dringender Appell, dass wir eben dieses rausnehmen und uns nach wie vor daran orientieren, was ist risikoarm und risikoreich und die anderen Themen dort diskutieren, wo sie entsprechend hingehören. Parlamente können dann das, was dort entsteht, also die 600 Seiten, auch wenn sie jetzt monströs erscheinen, die sind ja erst ein kleiner Anfang. Wenn diese ganzen Themen, dann gibt es nach ein paar Jahren einen Review, dann wird das wieder angepasst, dann gibt es wieder neue Ziele. Also es wird ja auch mit den entsprechenden Initiativen, die ja dann aus diesem Gremium kommen, der Aufsieher, aber auch der Engel aus, es wird ja eine Neverending Story werden in diesem Bereich. Und erstaunlicherweise ist es ja dann so, dass die, die, die das entsprechend umsetzen müssen, also die Unternehmen, der Mittelständler vor Ort, die oft tolle, kreative Ideen haben, wie sie die Ziele erreichen können, überhaupt nicht beteiligt sind. Darum ist jetzt auf der einen Seite sicherlich der Appell, die Realwirtschaft und die, die entsprechend das anzuwenden haben, zu beteiligen. Aber noch wichtiger ist, dass wir eigentlich uns vom Grundsatz her nicht über das Ziel, das ist unbestritten, oder die Ziele der ESG, sondern wirklich uns die Frage stellen, ob das der richtige Weg ist. Und lassen Sie sich noch eins zum Rating sagen. Das, was jetzt gerade stattfindet, für den einen oder anderen überraschend für mich nicht, ist ja, dass es eine Parallelität der Regulierung gibt. Also das BaFin hat bereits ein Merkblatt rausgegeben zum Thema nachhaltige Finanzierung. Da haben wir die nationale Ebene, auch wenn es erst einmal ein Merkblatt ist. Fühlen sich die Finanzdienstleister, die Banken nachvollziehbar daran gebunden. Dann habe ich auf europäischer Ebene die Taxonomie, Maschinerie, die sich so richtig warmläuft. Und dann habe ich auf internationaler Ebene die Vorgaben von internationalen Bodies und von den Rating-Aventuren. Und das nehmen jetzt die einen oder anderen Finanzteilnehmer wahr, dass aus verschiedensten Ecken das gleiche Ziel verfolgt wird. Und zur Überraschung aller haben die aber nicht miteinander abgesprochen und koordiniert. Das heißt, jeder versucht, sein Paket entsprechend an den Mann zu bringen und dann auch entsprechend umzusetzen. Und das führt genau dazu, dass die Komplexität und die Anforderungen an den Unternehmen groß wird, unüberschaubar wird, kaum mehr zu erfüllen sein wird. und die Kommission hat ja bereits angekündigt, das, was sie in der Taxonomie für den Kapitalmarkt möchte, möchte sie ja zukünftig auch für die Banken. Herr Professor Zeidler, Herr Rathmann sprach es gerade an, ein effizientes CO2-Handelssystem wäre eigentlich eine gute Alternative. Und Sie hatten es in Ihrem Eingangsstatement auch schon kurz beschrieben. Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen näher dazu ausführen? Gerade jetzt nach den Ausführungen von Herr Rathmann zur Komplexität der Regulierung, die sich in Europa abzeichnet. Also jede einzelne wirtschaftliche Aktivität irgendwie unter der Klimarelevanz zu beurteilen, glaube ich, der große Vorteil des Emissionshandelssystems ist, es ist transparent, es weiß jeder, worum es geht. Es geht nicht um gut und böse oder moralisch Vorurteile oder Urteile, sondern es geht darum, wie viele Tonnen CO2 werden heute und werden morgen und übermorgen emittiert. Und das ist ein objektives Kriterium. Die Menge der für den Globus noch verträglichen CO2-Bestände sind im Grundsatz ja durch das Kyoto-Protokoll festgelegt worden. Man kann darüber streiten, ob es richtig ist, aber gehen wir einmal davon aus. Und diese Menge kann man auf Europa runterbrechen und in ein europäisches Emissionshandelssystem als Ziel einbauen. und dann wird die Menge der CO2 aufgeteilt in einzelne Zertifikate. Die Zertifikate werden am Markt gehandelt, wie wir schon in den bisherigen Ansätzen eines Handelssystems haben, etwa in Deutschland, an der Energiebörse in Leipzig. Und es bildet sich dort ein Preis für das CO2-Zertifikat. Der war seit Zeitlang recht niedrig, was viel bestritten und kritisiert worden ist. Aber es ist auf der anderen Seite ein großer Vorteil, denn ein niedriger Preis heißt ja auch, dass sehr viel eingespart worden ist an CO2 und sich deshalb die Preise am Markt eben schon gesunken haben. Und wenn ich mich eigentlich zielkonform verhalte, möchte ich einmal den Lohn der Angst auch sehen. Das ist der große Vorteil des CO2-Handelssystems. Es hat ein klares Ziel, es ist Transparenz. Und das Zweite ist, es wird das Ziel vorgegeben und das Ziel wird effizient erreicht, anders als zum Beispiel bei Umweltsteuern, bei CO2-Stand, bei Steuern, die oft auch als marktwirtschaftliches Instrument empfohlen werden. Bei Steuern ist das Aufkommen klar. Der Staat, der Fiskus, bekommt sein Geld. Ob das Ziel erreicht wird, steht in den Sternen. Wir haben in Deutschland seit der sogenannten ökologischen Steuerreform unter dem Kanzler Schröder im Jahr 1999 Umweltsteuern, CO2-basierte Steuern im Volumen für etwa 60 Milliarden Euro. Der spezifische Umwelteffekt war sicherlich deutlich geringer als der im Haushalt. Der Vorteil des Handelssystems ist es, dass es, wie gesagt, das Ziel festlegt, den Weg aber offen lässt. Den technologischen Suchprozess, von dem Herr Radwan gesprochen hat, mit dem plastischen Beispiel des mittelständischen Recycling-Unternehmers, der wird im Emissionshandelssystem berücksichtigt und er wird dort prämiiert werden, während er in dem bürokratisch festgelegten System unter die Räder kommt, weil natürlich in Büssel bei allem Wohlwollen da keiner an alle Initiativen, die irgendwo in Europa im Mittelstand sind, denken kann. Genau. Und wir hätten dann auch keine Ausweichreaktionen, sozusagen. Genau. Herr Radwan, ich würde gerne noch mal nachfragen, ganz konkret, weil Sie die Taxonomie angesprochen haben, was heißt das denn jetzt für ein mittelständisches Unternehmen? Ich eingangs gesagt habe, 99 Prozent unserer Unternehmen in Deutschland sind mittelständisch. Wenn Sie jetzt künftig die Taxonomie berücksichtigen müssen, auf der Anlegerseite, Emittentenseite, aber viel wichtiger ja auf der Kreditseite, was bedeutet das? Letztendlich heißt es, dass in einem mittelbaren Weg die Unternehmen das nachweisen müssen, was sich da auf europäischer Ebene in den Regulierungseinheiten ausgedacht wurde. Also ganz klar, wir haben es ja bereits jetzt so, Anleger müssen zukünftig gefragt werden, ob sie nachhaltig anlegen wollen oder nicht. Die Frage muss kommen. Und da gab es auch mal eine Umfrage der BaFin, die davon ausgeht, dass um die 60 Prozent der Anleger dann entsprechend das ankreuzen. Ja, ich möchte das. In Klammer, die Frage ist dann Risiko reich, risikoarm, wie sich das zueinander stellt. Aber das ist ein zusätzlicher Aspekt, den ich spannend finde, weil wenn ich allein das grüne Thema nehmen würde, hätte ja Procon nie passieren dürfen, weil grüner als Bindanlage geht nicht. Und dann braucht letztendlich die Finanzwirtschaft, die dann eben entsprechende Anleihen oder entsprechende Kredite, Labels vergeben möchte, grüne Produkte. Die grüne Definition ergibt sich dann aus der Taxonomie nach dem Motto, ich habe dann mein Fondscheat und er tut dann entsprechend der Definition nachgehen, was muss derjenige, der dann die entsprechende Anleihe bekommt oder begibt oder derjenige, der der Kreditnehmer ist und dann entsprechend sich als grünes Label haben möchte, was muss der erfüllen. Und so wird letztendlich durch die Bank, durch die Finanzwirtschaft diese Regularien an den jeweiligen Mittelständler weitergeleitet, der dieses dann erfüllen muss. Und dann haben wir genau das Problem, dass bestimmte Innovationen, bestimmte Thematiken der Innovation erst gar nicht bekannt sind. Wir haben das gleiche bei CSA erlebt und erleben es sehr wenigmäßig. Was ist soziales Unternehmertum und dann haben wir auch grundsätzlich die Weise der Mittelständler, der Bäcker vor Ort das anders Handhaben und dann ist die Frage, wird der erfüllt, aber möglicherweise ist das jemand, der zu einem großen Zulieferer, der wieder zu einem Tax-Konzern-Zulieferer ist und schon bin ich in der Kette drin, um dieses Nachvollzieher dokumentieren zu müssen. Also es bedeutet erheblichen Aufwand für die Unternehmen in diese Klassifizierung überhaupt reinzukommen. Genau, das Stichwort Aufwand, Dokumentation, Herr Rathwan, da möchte ich nochmal nachfragen. Wie müssen denn dann Unternehmen, mittelständische Unternehmen dokumentieren, dass sie nachhaltig sind? Da gibt es ja jetzt auch schon eine Verordnung oder einen Verordnungsentwurf dazu, aber da wissen sie sicher mehr? Ja, sie werden über die Verordnung, sie werden aus meiner Sicht oft gezwungen sein, externe Dienstleister mit reinzuholen, die ihnen dann das entsprechend auch abnehmen oder gegen gutes Geld dann eben dokumentieren müssen und letztendlich ist das die Aufgabe dann der Unternehmen, diesen Nachweis zu führen und eben darauf achten, dass sie genau in diese Schiene kommen. Ok, also zusätzliche Berichtspflichten, zusätzliche Aufgaben für Mittelständler und das alles, Entschuldigung, wenn ich es etwas ketzerisch sage, jetzt im Hochfahren nach der Corona-Krise, wo Unternehmen schon, glaube ich, was anderes zu tun haben und einen anderen Fokus haben sollten. Und zusätzliche und wenn ich es eben ergänzen darf, zu meiner großen Überraschung, eben, also in der bisherigen Tätigkeit war dieses, diese Felder der Bürokratie und der jeweiligen Diskussionen darüber immer einigermaßen zugeordnet, dieses, die Frage der Bürokratie wird eben jetzt auch von Teilen, mancher Teile der Finanzwirtschaft massiv eingefordert, was ich nicht nachvollziehen kann, weil wenn wir einen grünen Markt, wenn grüne Anlagen nachgefragt werden, dann sollte man den Markt sich entwickeln lassen, dann sollten die Marktteilnehmer, die entsprechend hier entsprechende Anleihe, entsprechende Produkte verkaufen möchten und Vendite eben es sich selber definieren und in die Hand nehmen und der neue Markt ist ja auch nicht entstanden oder die Nasdaq, weil wir gesagt haben, wir brauchen hierfür eine Taxonomie, die genau definiert, was Innovation bedeutet in dem Bereich, sondern man hat letztendlich dann gesagt, die Kriterien sind so und so dafür, wir haben Transparenten, jetzt fangen wir mal an und hier machen wir es genau andersrum, diesmal und noch mal, mein Petitum ist, wir fangen an, eine Struktur aufzubauen für den gesamten ESG-Geretz. Herr Professor Zeidler, wenn ich noch mal nachhaken darf, Sie sprachen es in Ihrem Eingangsstatement an, es gibt dann möglicherweise einen Brown-Panalyzing, also einen Straffaktor, wie wirkt sich das dann auf die Unternehmen aus? Also Sie sprechen die Überlegungen an, die die Kommission ja schon in ihrem Aktionsplan, glaube ich, dargestellt hat, dass man für bestimmte Produkte oder Verfahren, die klimapolitisch nachteilig bewertet werden, einen Straffaktor festlegt oder umgekehrt dann einen grünen, positiven Faktor für positiv beurteilte Verfahren. Das würde sich so auswirken, dass die Eigenkapitalunterlegung, die das Unternehmen, die die Bank für einen Kredit etwa und eine Versicherung, für eine Versicherungsleistung ja erbringen muss, die Eigenkapitalunterlegung beim braunen Punkt höher wäre und beim grünen Punkt niedriger wäre. Das würde also das eintreten, was Herr Rathmann gerade gesagt, wovon er gewarnt hat. Das würde die Risikomessung verzerrt werden. Aus einer umweltpolitischen, auf die Zukunft gerichteten Hoffnung würde aktuell das ökonomische Risiko anders bewertet werden und am Schluss kann ja eigentlich niemand dann interessiert sein, dass wir mit weniger Finanzstabilität in eine nachhaltige Wirtschaft kommen sollen. Das ist ein Widerspruch in sich. Und es würde sich möglicherweise auch auf die Preise, also die Kreditzinsen auswirken für dieses Unternehmen. Würde sich natürlich auch auf die Preise dann auswirken. Das kommt noch dazu. Das gesamte Problem, ich kann da ein Teil der Diskussion auch nochmal aufgreifen, ist ja, dass hier die Finanzindustrie eigentlich als Hebel für die reale Wirtschaft benutzt wird. Von den eigentlichen Adressaten der realen Wirtschaft, den produzierten Unternehmen und Dienstleistern ist nirgendwo die Rede, die können Sie ja nicht artikulieren, weil das so viele sind, hat man gedacht, die Finanzwirtschaft nehmen wir mal als Hebel her. Die ist ohnehin schon unter der Aufsicht, die haben wir alle in unseren Aufsichtsgremien und Organen erfasst. Und die sollen über Versicherungen und Kredite nun diese Transformationsarbeit uns abnehmen. Ich weiß nicht, ob dieser Weg sinnvoll ist. Es geht ja sehr viel Sachverstand, es geht viel marktwirtschaftliche Innovation verloren. Vielen Dank. Herr Radwan, ich würde gerne nochmal nachfragen, weil Sie sind ja an der Quelle. Deutschland hat ja nun versucht, oder als Ziel vorgegeben, die Klimaziele der EU-Kommission nochmal zu toppen und hat ausgegeben, das Ziel ist bis 2030, nicht bis 2050 zu erreichen. Und dafür hat es ja auch eine Expertengruppe eingesetzt, die schon einen Zwischenbericht jetzt hervorgebracht hat. Was halten Sie denn von den Dingen, die dort so vorgeschlagen werden? Meinen Sie, den Bericht ist das Kändelbeirat der Bundesrepublik? Ja, danke. Ja, das ist der, ja, das ist, das, was ich auch gerade angedeutet habe, dass in diesen Bereichen jetzt eben angefangen wird, auch parallel zu arbeiten und dass man eben auf der einen Seite sagt, man hat die europäische, man hat die internationale Vorgabe und jetzt wird dieser Bericht eben, der jetzt präsentiert wurde, das ist ein Entwurf, der jetzt auch noch kommentiert wird. Und es ist, wenn man sich die Zusammensetzung anschaut und es ist jetzt die eigene Bundesregierung, also zumindest auch die Unions, der Unions, der da mit dabei ist, erweckt es für mich jetzt nicht, jetzt bin ich mal ein bisschen ironisch zurückhaltend, dass wir da den Weg beschreiten, erstens einen mit Europa abgestimmten Weg zu gehen. Also man findet hier sehr viele eigene Ideen nationaler Art, die eben dann so eine Duplizierung und eine Kumulation der Vorgaben führen könnte. Und vor allen Dingen versucht man dieses wieder über Administration und Bürokratie zu erreichen. Ich hätte mir eigentlich von dem Beirat gewünscht, der die Bundesregierung, den Gesetzgeber, ich bin immer wieder erstaunt als Gesetzgeber, bin ich es immer gewohnt gewesen, wir müssen eigentlich aufpassen, wie viele Gesetze wir noch machen. Wenn ich jetzt die Drücke schlage zur Pandemie aktuell, dann war eine sehr schnelle Diskussion zwischen der Finanzwirtschaft und dem BMF und dem BaFin und der Politik und der europäischen Ebene, wie kann man eigentlich europäische nationale Regeln ganz schnell so anpassen, dass die Finanzierung der Realwirtschaft funktioniert. Das heißt, man hat erkannt, dass bestimmte Vorgaben auch auf der bürokratischen Seite die Vorgaben für die Unternehmen eine schnelle Reaktion eher behindert, statt sie fördert. Und jetzt machen wir genau das, dass also ein solches Expertengremium, wo nochmal Finanzwirtschaft, NGOs, Wirtschaft drin sitzt, eigentlich im ganzen Unternehmen unterm Strich gesehen uns auffordert zu regulieren. Und ich glaube, wenn ich mir dies, ich habe mit dem Gericht von Anfang bis Ende bei einer Zugfahrt nach Berlin durchgelesen, kommen wir am Schluss zu einem Punkt, wo wir sagen, das Eigentliche, um dieses Ziel zu erreichen, über eine Marktwirtschaft im Wettbewerb mit Innovation, werden wir dadurch aus meiner festen Überzeugung blockieren. Wir werden dort eben über diesen Weg nicht hinkommen und wir bekommen auch eine Komplexität, lassen Sie mich das Beispiel noch sagen, dass immer wieder neue Aspekte mit hineinkommen. Jeder kann sich, glaube ich, nur an die Diskussion erinnern, des Verkaufs der Signaltechnik von Siemens nach Australien. Da ging es um ein paar hundert Millionen Auftrag, also eigentlich für die Bücher von Siemens marginal. Und da geht es um Bahntechnik. Also ich behaupte mal, Bahntechnik ist erst mal grün. Dann geht es um Signaltechnik, also um grüne Technologie und Sicherheit. Sag ich mal dunkelgrün. Und dann habe ich hier den falschen Kunden. Und schon bin ich auf dunkelrot. Und ich glaube, diese Aspekte in dem Bereich, weil es eben in Australien in den Kohlewerkbau geht, stelle ich mir dann die Frage, wie werden wir eigentlich zukünftig die Internationalität in diesem Bereich bewerten. Es kommen immer weitere neue Aspekte hinzu, die dort reinfließen und ich glaube, dieses, was sich dort entwickelt gerade und immer wieder neue Forderungen in diesem Bereich hervorbringt, wird die Finanzwirtschaft in der Regulierungsbereich komplett überfordert. Darf ich vielleicht noch einen Punkt ergänzen? Frau Wolfer, Sie hatten ja von dem Ziel Klimaneutralität und dem Zeitpunkt 2050 gesprochen. Da gibt es ja im Augenblick so eine Art Überbietungswettbewerb. Wer bietet frühere Daten an? Es wird relativ locker gesagt. Was mich aber bewundert ist, dass die Vielzahl der Beiräte und Beratungskrimien, von denen ja auch die Rede war, die es gibt, sich mit den Kosten eines Vorziehens dieses Ziels von 2050 auf etwa 2045 oder 2040 nicht beschäftigen. Ich kenne international, wir haben es ein Positionspapier dargestellt, nur eine einzige Kostenschätzung, wie viel Prozentsatz am Bruttoinlandsprodukt Verzicht auf den technologischen Status Quo füge ich hinzu. Nicht auf der Basis von Weiterentwicklungen, zu denen wir anreizen wollen mit Emissionshandelssystemen, wie viel Kosten die Klimaneutralität hätte. Das war das Beispiel für Neuseeland. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass die Kosten bei 16 Prozent Wachstumsverlust oder Wachstumsrückgang für das Bruttoinlandsprodukt wären. Zum Vergleich, wir haben jetzt die schärfte Rezension der Nachkriegszeit in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie. Das wird ein Wachstumseinbruch von 7 Prozent. Das war bedeutend nach dem letzten Urteil des Sachverständigerrats und in Neuseeland spricht von einem Übergang Status Quo-Bedingungen auf Klimaneutralität von bis zu 16 Prozent Rückgang des BIP. Da kann man sich über die Zahlen im Einzelnen sicher streiten. Aber wir wundern schon, dass die Kostenfrage, dass die Auswirkungen auf Wachstum und Wohlstand von den zahlreichen Beiräten und Beratungsgremien nicht bedacht werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Vielen Dank. Ich hätte gerne noch mal das Thema EZB angesprochen. Frau Lagarde, Professor Zeidler hat ja, ich sage mal, nicht eine Absicht geäußert, aber zumindest in die Diskussion eingeworfen, dass auch Klimaneutralität ein Thema für die EZB sein könnte. als ehemaliger Vizepräsident der Deutschen Bundesbank haben Sie da sicherlich eine klare Meinung dazu. Ich habe früher und sage auch jetzt das Gleiche, das Prinzip Schuster bleibt bei dem Leisten gilt für den kleinen Mann und gilt auch für die EZB und die EZB und die Bundesbank haben die Aufgabe, die Geldwertstabilität zu sichern und sie haben die Aufgabe auch ihren Beitrag zu leisten, die Finanzmärkte zu stabilisieren. Sie haben aber nicht die Aufgabe Umweltpolitik zu betreiben oder Gesundheitspolitik zu betreiben oder Datenschutzpolitik motorisch zu betreiben, sondern sie müssen, was Umwelt, Klimaschutz angeht, sich genauso verhalten wie alle anderen Bürokratien auch, dadurch in ihren Verwaltungen und Organisationen schauen, möglichst klimaeffizient vorzugehen, bei der Bauweise, bei der Frage, ob alle internationalen Tagungen notwendig sind und man nicht die ängelte andere Flugreise sich sparen könnte. Aber jetzt zu sagen, dass über die Geldpolitik selber jetzt über das Ankaufsprogramm der EZB eine Art Klimaschutzpolitik über den Markt, über Beeinflussung des Marktes betrieben werden sollte, das macht die EZB und das würde, ich spreche im Konjunktiv, die EZB zu einer politischen Organisation machen. Die Gefahr auch, dass Eingriffe in die Unabhängigkeit dann kommen, denn wenn man sich politisch auf das Feld begibt, wird man den ja auch politisch kritisiert und die Unabhängigkeit in Frage gestellt. Diese Folgen sollte man bedenken, bevor man sich auf dieses Glatteis begibt. Dankeschön. Herr Radwan, es gibt Stimmen, die sagen, man sollte den Stabilitäts- und Wachstumspakt für Investitionen in Nachhaltigkeit, in Klimaschutz lockern. Wir haben ja jetzt gerade diese Diskussion wegen der Corona-Konjunkturprogramme, aber eine Lockerung für Nachhaltigkeit ist ja noch mal ein anderes Thema. Wie sehen Sie das? Also sehen Sie es mir nach. Ich habe den Stabilitäts- und Wachstumspakt jetzt zehn Jahre in meiner Brüsseler Zeit verfolgt und jetzt danach natürlich als nationaler Abgeordneter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man den noch weiter locker kann, als er schon ist. Aber das ist eine Landbemerkung, dass wir jetzt eine meiner Kernforderungen mit Blick dann nach der Pandemie, dass wir darauf drängen müssen von deutscher Seite, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt endlich greift und Franz-Christoph Zeidler hat es ja mit Blick auf die EZB-Bundesbank gesagt, entpolitisiert wird. Sollten wir also jetzt den Weg gehen, wie manche sich das wünschen, dass Investitionen in Nachhaltigkeit oder in die ESG-Ziele nicht mehr haushaltsrelevant werden und damit nicht mit dem Defizit angerechnet würden, wären wir baff erstaunt, wie viel wir bereits in den Mitgliedstaaten europäischen Zungen für die Nachhaltigkeit tun. Und dann würde eigentlich die Schuldenthematik und das Ziel der Stabilitäts- und komplett konterkariert. Ob jetzt der Stabilitäts- und Wachstumspakt, ob jetzt EZB-Bundesbank, ob die EIB und die KfW oder die Kapitalmarktregulierung, alle sehen momentan ein heeres Ziel der Nachhaltigkeit, der ökologischen, nicht der finanziellen. Wir können bei Stabilitäts- und Wachstumspakt als erstes mal meinen sie die finanzielle oder die ökologische Nachhaltigkeit. Viele sehen momentan die ökologische Nachhaltigkeit als das primäre Ziel. Und ich stelle mir vor, mit Blick auf damals die Euro-Einführung. Man hätte gesagt, die Europäische Zentralbank und die Bundesbank müssen zukünftig neben der Geldwertstabilität Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarktentwicklung entsprechend in die jeweilige Entscheidung mit hineinnehmen. Natürlich findet eine Abwicklung statt, wie uns ja auch das Verfassungsgericht jetzt gezeigt hat. Aber das primäre Ziel bleibt die Inflationsorientierung. Und wenn wir jetzt da diesen Weg gehen, in all diesen Feldern zu sagen, aber Nachhaltigkeit muss beachtet werden, dann ist das nächste Ziel noch einmal die Wertschöpfungskette global, dass die entsprechende Kriterien festgelegt werden. Wir haben eine reichende Politisierung all dieser Bereiche mit gesellschaftspolitischen Maßnahmen, raus aus den Parlamenten, hin in einen Bereich und die Europäische Zentralbank, die Bundesbank werden hier politisch nicht kontrolliert, gehen dann ihre eigenen Wege. Und das ist genau das Gegenteil von den Strukturen, die wir bisher eigentlich verbrochen haben und verteidigt haben. Ich möchte vielleicht mal über den Testpakt noch kürz in Ergänzung bringen. Er ist ja im Augenblick nicht aufgelockert, sondern er ist ausgesetzt wegen Corona-Krise. Aber ich meine schon, nach Überwindung der Krise spätestens ab 2022 muss er erstens wieder gelten. Und er muss auch unter dem Eindruck der Krise verschärft werden, zumindest in einem Aspekt, dass die Mitgliedstaaten die Pflicht haben, in guten Jahren Mittel anzusparen, Fonds zu bilden, die sie dann in schlechten Jahren, wenn wieder eine solche Krise kommt, verwenden können. Deutschland hat sich in den letzten Jahren jedenfalls, nicht in allen vergangenen Jahren, in den letzten Jahren an diesen Pakt gehalten und kann deshalb finanziell sehr gut durch die Corona-Krise kommen, mit internationalen Bewundert. Alle die Stimmen, die in den letzten Jahren kritisiert haben, dass sich Deutschland an die schwarze Null hält, an den Stabilitätspakt hält, die verbrennen im Augenblick ihre früheren Reden. Wenn man jetzt sieht, wie wichtig das war, dass wir einige Zeit auch finanziell positiv hausgehalten haben und den Stabilitätspakt erfüllt haben und dieses Erfolgsrezept sollte man auch auf andere Mitgliedstaaten ausdehnen, da müsste man nicht im Nachhinein sehr hektisch und mit ökonomisch und rechtlich sehr schwierigen Konstruktionen neue europäische Fonds schaffen, sondern jedes Land hätte schon für sich auch eine Vorsorge getroffen. Also lassen Sie mich ganz kurz ergänzen zu dem, was gesagt wurde, das ist materiell völlig richtig und was ich gemeint habe, ist eben noch zusätzlich die Entpolitisierung. Letztendlich entscheidet ja der Rat darüber, der ECOFIN und da sage ich immer beispielhaft, das ist wie in einer Schulklasse, wenn die größten Lausbuben, die gerade was angestellt haben, über die entscheiden oder ein Urteil erwarten von denen, die vorher gerade was angestellt haben. Also wir brauchen einen Automatismus raus aus dieser politischen Ecke. Für mich ist da beispielhaft positiv, auch wenn ich nicht jede Entscheidung dort gut finde, ist das europäische Kartellrecht. die Kommission entscheidet hier auch gegen Staaten wie bei Siemen Alstrom im Zugbereich. Die Entscheidung finde ich an sich nicht gut, aber man sagt, wir entscheiden das nach dem, wie wir das Recht sehen. Und das sollte auch in dem Bereich, Wolfgang Schäuble hat in seiner Zeit als Finanzminister mal, dass man es herauslagert aus der Kommission gefordert. Das ist eigentlich die große Krux des Stabilitäts- und Wachstumskraft, dass er immer mehr politisiert wurde. Und wissen Sie, das war der frühe Kommissionspräsident Juncker, der geantwortet hat, warum die Kommission kein Verfahren gegen Frankreich macht, war seine Antwort because it's France. Das ist letztendlich eben nicht der Weg, wie man mit den Stabilitäts- und Wachstumskraft umgegangen ist. Darum hat er nie gegriffen. Und darum müssen wir, wie gesagt, wurde es materiell verschärfen. Aber es muss endlich gewährleistet werden, dass die jeweiligen Maßnahmen dann auch durchgesetzt werden. Sonst brauchen wir darüber gar nicht mehr diskutieren. Vielen Dank, Herr Radwan. Wir kommen zum Schluss. Ich danke Ihnen sehr, meine Herren, für diese klaren Statements, klare Botschaften und kritischen Beiträge. Ich denke, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben gesehen, das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft Sustainable Finance ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist nicht ein Programm, was Banken und Versicherungen primär bindet, sondern es ist ein Programm, was sich primär an die Realwirtschaft wendet. Und das ist meines Erachtens noch viel zu wenig diskutiert und viel zu wenig im Markt angekommen. Der Wirtschaftsbeirat Bayern ist eine gute Plattform, um solche Themen zu diskutieren. Im Finanzausschuss greifen wir immer wieder solche Themen auf und haben jetzt aktuell auch ein Positionspapier zu diesem Thema erarbeitet. Sie können dieses gerne über die Homepage des Wirtschaftsbeirats Bayern herunterladen. Und nun bleibt mir nur, mich noch einmal herzlich zu bedanken. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns geblieben sind und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay.